Hallo und willkommen bei meinem Kanal WolfgangsWelt. Ich bin jetzt im Muskelaufbautraining und dafür mache ich 8 verschiedene Übungen. Die sind gesplittet in 2 Teile, also jeweils 4 Übungen für einen Trainingstag. Das geht relativ schnell, ist eine ganz entspannte Sache. Und im folgenden Video oder in diesem Video zeige ich dir die ersten 4 Übungen, die ich mache. Wenn dir das gefällt, das kann man auch nachmachen, dafür aber bitte einen Trainer konsultieren im Fitnessstudio, der dir erklärt, wie du das zu machen hast, der die Gewichte für dich herausfindet oder mit dir zusammen herausfindet. Und wenn dir das gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben. Und wenn du eine Frage hast, stell die gerne unten in den Kommentaren. Ich versuche das zu beantworten. Ja, ansonsten würde ich sagen, geht es dann los mit den Übungen für den ersten Übungstag. Viel Spaß beim Schauen. I see her rolling up, uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, casamigos to the face. Baby I don't need no space, coming closer for a taste. Then I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex drugs, cocaine, black.